Heute beantworten die Studierende aus dem Studiengang Nachhaltige Verpackungstechnologie die Fragen, die ihr über Instagram gestellt habt. Wie sieht es mit Praxisbezug aus? Unglaublich. Also es ist wirklich sehr praxisbezogen. Ja, wir haben sehr viel Praxisbezug, würde ich sagen, weil eigentlich an jede Einheit, die aus Vorlesungen besteht, folgt irgendeine praktische Übung oder ist schon integriert. Wir haben oft während den Vorlesungen dazwischen Gruppenarbeiten. Ich arbeite selber im Verkauf und lerne sehr viele Normen und Regelungen, von denen ich selber nichts wusste und das kann ich dann auch ein bisschen in meinen Arbeitsalltag integrieren. Praxisbezug merke ich jetzt schon ganz viel. Die Vortragenden kommen eigentlich größtenteils auch aus der Privatwirtschaft und bringen ihre eigenen Erfahrungen natürlich in den Unterricht mit. In den naturwissenschaftlichen Fächern Chemie, Mikrobiologie, da gibt es Labortage und da ist ausschließlich Praxis. Die Vortragenden kommen eigentlich größtenteils auch aus der Privatwirtschaft und 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 der Privatwirtschaft.